airbase und jetzt jetzt ist es jetzt richtig ärgerlich weil ich glaube ich habe warte ich das ist jetzt im ich meinst der sprachnachricht ist jetzt auch im video in der aufnahme von der playstation dabei dass ich hier gerade weil das eine was eben war war saugeil und ich hoffe und ich glaube ich habe die aufnahme nicht gespeichert das wäre richtig kacke mal schauen auf jeden fall kommt jetzt noch ein rennen und das ist jetzt auch im youtube wieder sind diese sprachnachricht dieser ort in drei sekunden geht los airbase attacke man hoffentlich ist hoffentlich ist dass die letzte aufnahme drauf weil die war gut aber ich glaube nicht ich glaube nichts ich glaube sie war ich glaube sie ist nicht gespeichert sie war gut sie war jetzt aber auch nicht weil es zwar lustiger seine einstellen habe ich gelacht aber es war jetzt auch nicht zum heulen zum heulen komisch naja gut es war schon komisch aber konzentrieren wird das besser effekt war noch mal gut also jetzt nur noch passiert mal schauen ob es noch geht alter geiler skyline naja gut blöder huernsohn das hat acht kommen wir das sollten mal so was alter dort den dicken ach nee war doch noch extra rum oder was hier also es ist das ganze jetzt schon im arsch oder was Alter, den? Wenn ich an den reinkomme, dann war das ein Letztes her. Ich habe den Checkpoint auch noch verpasst. Ich habe den Checkpoint verpasst. Ja, Letztes, Andy, Nüssen, ich habe den Checkpoint verpasst. Oh, Leute. Okay. Jetzt wisst ihr alle, was wir tun. Rückwärts die anderen Fahrer blindern. Am besten den roten. Migration. Am besten. Also der sehr rote Skyler, der Bücher dran glauben. Also sowas darf ich mir nicht gefallen. Da kommt er. Ah, scheiße, scheiße. Wiederwicht. Kommt mir noch mehr runter. So ein blöder Arsch. Weißt du, das darf ich mir nicht gefallen, ne? Nee, das darf ich mir nicht gefallen. Oh, Mann. Echt schade, ey. Echt schade. Ach, das ernst mich jetzt. Das ist doch kacke jetzt hier. Und eben hatte ich ein gutes Rennen und das wurde aber nicht gespeichert. Ah, Mist. Ich glaube, ich hab's... Ah, Mann. Das äckert mich, dass ich das Rennen davor. Aber ich glaube, ich hab's nicht gesagt. Ich muss nur mal schauen. Aber am meisten ärgert mich der rote Skyler. Mal schauen. Ist er das? Ist er das? Ne, ist er nicht. Den lass mal in Ruhe. Den lass mal in Ruhe. Der hat mir nichts getan. Aber der rote Skyler. Der rote Skyler. Blöde Sau. Ja, was hupst du, ey? Was hupst du, du blöder Winkster? Was hupst du, ey? Wer hat mich denn gedreht? Du Arsch noch. Ja, fahr doch weg. Hast du Schiss oder was? Hast du Schiss? Hier, komm, upe. Upe. Na, geht vorab jetzt. Der Alperner. Geht, ne, ne, ne. Da brauchst du es. Du blöder Spaß. Du Hausweg. Na, wie gefällt dir das? Blöder Spaß, ey. Schauen wir mal, was hier noch gibt. Und schärfen wir ihn noch? Ah, schade. Nicht ganz. Ich glaube, jetzt kommt er. Sie besuchen, ne? Jetzt dachte ich, er knügt noch ein bisschen rum mit mir, aber... Ah, das ist ein Arsch, ey, ich weiß. Hast du dir wieder nicht weggedrängt, ey? Uuh. Na, hoff. Kick mal. Kick mal. Kick mal. Kick mal. Kick mal. Kick mal. Ja, oder? Nee, wird wieder weg. Ich bin wieder weg. Blöder Arsch, ey. Ja, das Reine ist jetzt vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Reinen. Ciao. Genau.